So, da hinten muss ich, glaube ich, nicht mehr lang, weil da, ja, komme ich nur da, wo ich eben schon war. Da ganz links, die Droh, ist eine, an die ich nicht drankomme, weil mir der Feuerstab fehlt. Mir fehlen die beiden Drohnen oben rechts und oben links. Das heißt, eine davon ist der Feuerstab und, keine Ahnung, was der andere ist. Gut, Frage ist, wie komme ich da hin? Von hier aus nicht. Kann ich von hier aus noch irgendwo hin? Ja, schön, kann ich hier so ein bisschen zickzack rumlaufen? Da kann ich auch nirgendwo hin, hier konnte ich auch, glaube ich, nirgendwo hin, oder? Nein. Hier auch nichts. Ja, gute Frage, wo lang? Ne, wo bist du hin? Zack, zack, weg. Hm, komm, lass mich in Ruhe. Ja, wo lang? Ich gucke unten nochmal, ob da noch was war. Oben ist ja nur die Droh, an die ich nicht drankomme. Habe ich schon? Ja, komm, lass mich in Ruhe. Stirb schneller, danke. Da habe ich schon den Schlüssel. Da habe ich auch schon die Droh. Okay, auf der Seite kann ich mir sicher sein, hier ist nichts mehr. Außer halt die Droh da oben und ich nicht drankomme. Dann nochmal nach rechts. Na, los, komm. So. Äh, nochmal nach unten, hier in dem Raum. So. Komm. Was soll ich kaputt machen? Was eigentlich eh nichts bringt, die kaputt zu machen, aber Wayne. Ich gehe wirklich noch ein Herz, wenn man auf sie drauf springt. Sorry. Ach, komm, gib mir ein Herz. Hm. Hm. Moment, ich kann nicht jetzt mal eben nicht mehr lesen. Du füllst alle Löcher mit dem Stein, der Boden erzeugt. Hä? Ach so. Ja. Das Ding, was ich eben ja schon benutzt habe. So, jetzt kommt das dumme Vieh nochmal. Ach, komm, spiel nochmal Ball mit dir. Nein. War schneller beim Aufheben. Was? Abfang gilt. Hallo? Wir müssen wir jetzt einfach direkt aus der Hand weg, oder was? So. Sag mal, hast du gerade hier Überspeed an, oder was? Komm her. Und stirb. Hm. Ich mag den nicht. Den kann man, den kann man nicht schnell genug besiegen. Guck mal, die anderen brauche ich nur schräg anzugucken, und die sind tot. Mit dir muss ich Ball spielen. Hallo? Ich möchte den Ball auch mal wieder haben. Ich möchte dich auch mal wieder treffen. So. Geht doch. Stirb schneller. Richte durch. So, da ist auch nichts mehr. Hier rüber. Fehler rausholen. Durch gehen. Das war fies, du Flamme. Hm. Kann ich wieder mal hier mal anfangen. Hm. Hm. Da kam ich eh nicht vorbei, ne? Nee. Brr. Dieser Eisblock ist ja verdammt hart und kalt. Brr. Hm. Schön. Spring in die Lava, du Idiot. Hm. Wenigstens ziehe ich das nicht allzu viel ab, in die Lava zu jumpen. So. Gut. Gehen wir nochmal da, wo wir vorher waren. So. Zwei hier hin. Naja, komm, geh weg. So. Und dann da oben hin. Ich möchte nochmal schauen, ob vielleicht hier doch irgendwo ein Weg ist. So. Vielleicht hier rechts irgendwo versteckt. Auch wenn ich es mir nicht irgendwie wirklich vorstellen könnte. Aber gucken wir mal schnell. Nee, auch nicht. Hm. Strange. Ja, die sind weg. Die kommen nicht mehr wieder. Oben war nur die Truhe, die ich schon hab. Da komm ich gar nicht erst hin. Wird's interessieren. Was war da rechts noch? Hab jetzt nicht so drauf geachtet. Äh, weg. Dahin wär nicht schlecht. Nee, da komm ich auch nur nach oben raus. Nee, da komm ich auch nur wieder an den Anfang zurück. Hier auch. Verwirrung. Hä? Hä? Verwirrung? Es gibt mir ja gar nichts, hier rein zu springen. So. Schnell wieder zurück zum Dungeon. Weh, der lässt mich jetzt nicht mehr in den Dungeon rein. Dann werd ich böse. So. Level 8, Kapitilfelsen. Ja, hatten wir schon. Mal sehen, vielleicht kann ich das Ding auch anschießen oder so. Nö. Bringt nichts. Vielleicht alle Monster töten. Bringt nichts. But why? Hm. Hm. Da. Dummes Vieh. Komm her. Komm her. Ich hab dich grad getroffen, verdammt. Kommst du mal her. So. Oh, als ob ich diese Kacke schon wieder. Hm. Hä? Von oben? Moment. Ich muss hier mal was gucken. Ist hier vielleicht irgendwie was versteckt oder so? Nee. Hm? Jetzt bin ich verwirrt. So. A little bit. A little bit. A little bit. Hm. 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 Irgendwo hab ich was übersehen. Ach. Falscher Knopf. Hm. Ein Moment mal. Hier krieg ich ja nur einen Schlüssel. Hm. Moment. Geht auch nichts auf. Hm. Oh. Zum Teufel ist der richtige Weg. Ach. Geht doch weg. Hier ist aber auch nichts. Verdammt. Soll ich dich hier nochmal besiegen oder wat? Wow. Cheater. Hier ist auch nichts. Auch nicht. Ja komm. Geh weg. Warum bist du nicht tot? Hier? Hm. Auch nicht. Hm. 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 Der Dungeon ist doch etwas komplizierter als gedacht. Da wollte ich ihn jetzt eigentlich nicht hinschieben, aber... Boin. Hm. Ich geh mal darum, die ganzen Blumen töten. Vielleicht bringt das ja was. Das ist das Einzige, was ich so ziemlich noch nicht ausprobiert habe, glaube ich bisher. Und wenn sich da jetzt ein Weg öffnet, dann... ...haue ich mir auf die Stirn. Be band. Ja. Ja. Aber da ist ja ganz, warum das, wie ich es hierlationar. Was...